Was ist denn los, Makoto? Nun ja, als ich letztens mit Haro shoppen war. Hä? Haro? Hat er schon wieder seine Klamotten ausgezogen? Das passiert echt jedes Mal, wenn er ein Waschbecken entdeckt. Das ist also dein Problem, Makoto? Was soll ich nur tun? Hm, ich hab's. Machen wir ein Experiment. Hä? Ich meine, wenn wir rausfinden, was Haro zum Ausziehen bringt, kannst du ihn doch nicht einfach davon abhalten, sich auszuziehen? Gute Idee. Dann lass uns das Experiment starten. Zuerst beginnen wir mit dem hier. Wenn er sich dafür auszieht, weiß ich wirklich nicht, was ich tun soll. Ah, Haro-chan. Hat er uns gerade ausgelacht? Als nächstes eine Waschschüssel. Es ist mehr als das letzte Mal, aber... Ah, hey, Haro! Er hat sich danach umgesehen. Das macht mich irgendwie nervös. Ein Eimer. Vielleicht regelt er ja da drauf. Oh, das könnte funktionieren. Oh, da ist er ja. Er scheint mit sich zu ringen. Und ich ringe mit. Wie wäre es mit einem Bottich? Das sollte funktionieren. Das funktioniert bestimmt. Da ist er ja. Fast! Halte durch, Makoto! Haro, nein! Ich bin doch nicht fair! Dick! Ich schätze, Haro zieht sich nicht aus, solange das Wasser ihn nicht umschließt. Okay, ich verstehe es jetzt. Ich verstehe es jetzt.